Neumarkt am Wallersee. Meine Heimatgemeinde. Hier bin ich aufgewachsen. Hier habe ich eine wunderbare Kindheit verbringen dürfen und hier möchte ich mich jeden Tag für die Menschen einsetzen. Umgeben von einer wunderschönen Natur. Unsere Ostbucht ist wie ein ungeschliffener Diamant. Da kann man mehr daraus machen. Die Chancen nutzen, die wir haben. Ein modernes und familienfreundliches Strandbad schaffen. Wir brauchen wieder mehr Charme überall im Ort. Wir brauchen wieder mehr Herzlichkeit. Einen Blick auch für die kleinen Dinge. Für einen neuen Weg, den wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Es macht mir Freude, gemeinsam mit euch unsere Stadtgemeinde weiterzuentwickeln. Für den Fortschritt zu sorgen. Ein Neumarktner Generationenhaus wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mit leistbaren Starterwohnungen für junge Einheimische und barrierefreien Wohnungen für unsere Senioren. Ein Ortskern, der liebevoll gestaltet ist. Gemeinsam anpacken. Und sich mit Leidenschaft um die Anliegen der Menschen kümmern. Wir wollen mit neuen Ideen unsere gemeinsamen Ziele in Neumarkt am Wallersee erreichen und die Chancen, die unsere Stadtgemeinde hat, besser nutzen. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Weg in die Zukunft.